Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder ein Speedbild. Ja, ist schon wieder, glaube ich, eine Weile her. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir ein Speedbild gemacht haben. Warum lüge ich euch nicht immer an? Ich will euch nicht immer ansehen. Ja, es ist nicht okay. Was labere ich von mir? Sagen wir dazu, es ist gerade mitten in der Nacht und ich nehme dieses Voice-Over auf. Deswegen, wenn ich irgendwie Schwachsinn rede, dann macht euch keine Gedanken. Es ist normal um diese Uhrzeit, okay? Es ist drei Uhr nachts. Ich nehme niemals um drei Uhr nachts ein Video auf. Haben wir das schon mal geklärt. Jedenfalls fragt ihr euch bestimmt, warum wir dieses Haus hier renovieren. Und dazu habe ich nur als Antwort, ich habe vor, einen eigenen Safe-File aufzubauen. Das heißt, ich werde jedes Haus, was schon existiert, renovieren und, genau, ich werde noch, wie heißt das, eigene Häuser bauen und Grundstücke und was auch immer. Also so, dass alles belebt ist. Ich werde eigene Sims noch erstellen, die dann dort in dem Safe-File herumlungern und, ja. Einen eigenen Safe-File haben ja schon einige Leute erstellt. Das größte Beispiel ist wahrscheinlich Lil' Simpsie. Ähm, ja. Denn, keine Ahnung, also zumindest, wenn ich an einen Safe-File denke, muss ich immer an Lil' Simpsie denken. Ähm, weil ich denke, sie ist einfach das bekannteste Beispiel dafür. Und, ja, ich dachte einfach, dass es halt cool wäre, einen Safe-File zu haben. Ich meine, es wird wahrscheinlich niemand damit spielen und das ist halt auch absolut fein. Ähm, aber ich denke, ich werde mal damit spielen. Zumindest irgendwie in zukünftigen Videos oder sowas. Vielleicht auch, ähm, richtigen Let's Plays. Also halt von wegen, keine Ahnung, wir machen noch irgendwie was in Richtung. Also ich meine, wir haben ja gerade die 100-Baby-Challenge. Aber es gibt ja auch so Sachen wie, keine Ahnung, die Black-Widow-Challenge oder sowas. Wisst ihr, vielleicht machen wir sowas ja mal. Aber, das müssten wir dann natürlich sehen. Weil, ähm, zur Zeit habe ich halt einfach nicht so viel Zeit, dass ich halt zwei solche großen Projekte am Laufen haben kann. Dementsprechend, ja. Wenn, dann müsste eh erstmal die 100-Baby-Challenge auslaufen. Oder ich müsste deutlich mehr Zeit haben. Aber, das tue ich nicht. Dementsprechend, ja. Ja, mhm, jedenfalls habe ich mich halt auch daran inspirieren lassen an Little Simsy. Weil, ich finde es schon irgendwie cool, halt einfach einen komplett eigenen Safe-File zu haben, so. Und, ja, ähm, das Ding ist halt, ich kann nicht so gut einen Grundriss etc. bauen. Ich bin halt am überlegen, ob ich ein paar Grundstücke dann halt auch nur renoviere, indem ich halt ein Galerie-Haus zum Beispiel nehme. Ähm, andererseits habe ich natürlich schon irgendwie Bock drauf, wirklich das komplett alleine zu bauen. Denn, keine Ahnung, also ich würde das gerne improve, weil, ja, irgendwie bin ich halt nicht so gut im Grundriss bauen etc. und, ähm, es wäre natürlich schon cool, das halt zu üben, damit es halt besser ist. Weil, es ist natürlich schon nochmal cooler, wirklich komplett eigene Häuser dann da stehen zu haben und nicht nur eine Renovierung davon. Aber, ja, das lässt sich dann natürlich immer noch sehen. Ihr werdet zu jeder Renovierung und so weiter, und jedem Haus, was ich baue, äh, werdet ihr auf jeden Fall ein Video bekommen. Das heißt, es könnte sein, dass in Zukunft sehr viel mehr Speedbuilds kommen, als, äh, in Frankheit. Das müssen wir aber sehen, weil Häuser bauen dauern natürlich sehr viel länger als ein Create-the-Sim-Challenge. Deswegen müssen wir gucken, wie ich das halt hinbekomme. Aber wenn ich Zeit habe, würde ich auf jeden Fall bauen und das einmal, also, ich meine, ich kann das ja auch immer nebenbei machen mit Bauen, von wegen, ich, wenn ich ein Video gucke oder so, dann kann ich halt im Hintergrund quasi einfach ein Haus bauen und das aufnehmen, so. Da, deswegen, ich kann das ja halt immer so nebenbei noch machen. Deswegen theoretisch nimmt das nicht so viel mehr Zeit weg. Also im Normalfall, ähm, trotzdem dauert ein Hausbau mindestens eine halbe Stunde. Also die Renovierung, die hat, glaube ich, eine halbe Stunde ein bisschen länger gedauert. Ähm, aber wenn ich ein Haus baue, dann muss ich da ja mindestens, also wenn ich das komplett von Anfang an baue, muss ich mindestens zwei Stunden einrechnen. Und, ähm, natürlich ist das viel Zeit. Äh, und eine Create-the-Sim-Challenge, da sitze ich vielleicht 20, 30 Minuten dran, so. Das macht natürlich einen krassen Unterschied. Deswegen, ja, wie gesagt, wir müssen gucken, wie wir das dann hinkriegen. Aber grundsätzlich ist geplant, dass halt mehr Speedbuilds dann kommen. Apropos Speedbuilds. Ähm, ich versuche bis zu nächster Woche, die Simsie-Chall-Challenge wieder zu machen, denn sie hat ja eine neue Shell quasi hochgeladen und, äh, möchte, dass wir wieder bauen. Und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, ja, ich habe auch schon Ideen und ich hoffe, ich kriege das so hin, wie ich will. Ähm, weil, keine Ahnung, es hat mir letztes Mal schon sehr viel Spaß gemacht und ich denke, das wird es einfach wieder tun. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das dann wird. Ähm, aber das sehen wir dann hoffentlich nächste Woche. Da könnt ihr auf jeden Fall einschalten. Und, ähm, ja. Übrigens haben wir hier ein Budget, weil ich habe hier schon eine Familie erstellt, quasi mit dem Hintergrund. Ja, sie ist halt Mutti und sie hat halt ein Kind. Und, ja, ne? Genau. Also, sie ist halt alleinerziehende Mutti. Ihr Vater, also der Vater hat die Familie halt verlassen so und sie ist jetzt so alone. Und deswegen, ähm, habe ich es halt dabei verlassen, dass es ein Stadterhaus bleibt. Weil, das ist ja eigentlich ursprünglich ein Stadterhaus von Sims 4 in Willow Creek. Und, ähm, ja. Genau. Das wollte ich halt dann auch bei dem Budget lassen. Äh, wenn ich jetzt eigene Häuser baue, werde ich wahrscheinlich eher weniger darauf achten. Ich meine, ich werde wahrscheinlich schon irgendwann noch mal ein Stadterhaus bauen oder so für zum Beispiel Newcrest oder so. Aber grundsätzlich, ähm, werde ich wohl nicht so darauf achten, auf das Budget. Äh, ja. Also es ist halt zum Beispiel ein Budget gegeben, weil ich nur ein Haus renoviere oder so. Äh, also von, zum Beispiel, von den Landgrabs oder so. Ich meine, ich werde deren Budget niemals aufbrauchen, weil die reich sind. Aber so, rein theoretisch, genau. Und deswegen, ja. Ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Save-File. Das wird richtig, richtig cool. Hi, Bella. Habt man das gehört? Oh mein Gott. Ich hoffe, man hat das gehört. Ist ja so süß. Jedenfalls, was ich noch sagen wollte. Ihr könnt natürlich das Haus, wenn es euch gefällt, könnt ihr das downloaden in der Galerie. Ich werde da alle Häuser dann auch hochladen. Und maybe werde ich auch die, ähm, die, die Charaktere hochladen, die ich an der Stelle. Ähm, meine Origin-ID, wo wir das ganze Video über eingeblendet, oben, falls ihr das gesehen habt, ähm, dann könnt ihr mich dort adden oder ihr könnt halt das einfach suchen. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Wenn es, wenn es euch gefällt, dass ihr dann vielleicht auch damit spielt oder das irgendwo platziert oder so. Es wäre so cool, weil ich habe mir natürlich Mühe gegeben. Es ist vielleicht nicht perfekt, aber, ja, ich, äh, versuche mich jetzt langsam zu bessern. Und, ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!